Ich stunnen immer wieder durch meine Schüssel, glaube ich. Oh, der war's fähig. Alter, ich hab voll aufs Mord gekriegt. Ja, eine Folge lang nur Fight, Junge. Nee. Ja, scheiß drauf, Junge. Scheiß drauf, Junge. Stun ihn! Komm schon! Also, ich kann Schaden von ihm auch blocken, aber... Also, wenn ich mal eine Spezialfähigkeit mache, dann kann ich den auch stunnen. Aber nicht, wenn der schon irgendwie so gestunnt ist. Ja, dann sollten wir die vielleicht sinnvoll einsetzen. Ich bin jetzt sofort wieder down. Ja, geh zurück. Ach, du hast ja das zu heilen. Ich bin auch down. Ja, der hat seinen Wirbel gemacht. Da muss man ausweichen. Wenn ihr unten seht, Fire Swole, da muss man ausweichen. Warum? Ich hatte auch... Da steht den Fire Swole. Oder Fire... Manchmal castet der das. Oh Gott. Das ist jetzt natürlich eine höchste Situation. Also, wäre blöd, wenn wir alle sterben. Das ist aber gerade passiert. Naja, ich bin nur da. Ach so. Ich fighte gerade gegen den. Oder auch nicht. Komm, keine Nutte! Okay. Vielleicht soll ich mal dann liveen. Jetzt haben wir aber Half-Life. Oder? Ja. Ja, fast. Aber ich seh schon, bis ich gleich alles auf den Loot schmeißen, bis zum geht nicht mehr. Aber wahrscheinlich droppt der gar nichts. Oder nur so Level 100 oder so. Oh, der gibt bestimmt nicht mehr Spiel. Aua! Nein! Nicht ich jetzt! Nein! Oh, lol! Der killt mich fast mit dem Zauber. Nein, ich hab hier fucking Undead nicht gewagt. Richtig. Oh, ich bin down. Hammer. Das kann ich blocken. Peter, was machst du eigentlich? Ja, ich kämpfe gegen so ein Undead. Ich bin down. Der kill muss überleben. Peter muss überleben. Oh, Alter! 20 live. Jetzt kriegt er mich. Er hat mich gekriegt. Peter muss attacken. Peter muss attacken. Ja, Peter hat aber einen Undead am Arsch. Alles wirklich am Arsch. Alles wirklich am Arsch. Das ist ein Andead voll am Arsch. Am Arsch. Aua. Gib ihn! Ich muss aus der Sichtweite, der war auf mir drauf. Na, ich komm jetzt geflogen. Wo ist er denn da unten? Wie ein Mist? Wieso ein Mist? Ähm. Ja, du bist, du musst den auch sehen, wenn du den casten willst. Ah, okay, verstehe. Das dann misst der uns ja auch. Ich bin gedreht. Da drehen kann ich ja. Da drehen kann ich ja. Da drehen könnte ich jedes Mal bis zum geht nicht mehr. Oh, nicht auf mich gehen. Ist mir auch gestunden. War das eine Bombe? Ja, das war meine Spezialfähigkeit. Guck mal, der hat nur noch 40% oder so weiter. Oh Gott. Ja, haben gestunt. Weg die Sau. Jawohl, jetzt kriegen wir ihn. Ja, jetzt endlich. Oh, er ist tot. Er ist tot. Ah, ich hab noch cooldown. Hab noch cooldown. Warte, ich stun den sofort nochmal. Nein, ich bin down. Ohhhh. Ohhhh. Warte, ich stun den sofort. Ich stun den sofort. Warte, warte. Kann ich nicht. Jetzt kann ich wieder. Nein, jetzt hab ich daneben geschlagen. Das wird mich verarschen. Der castet Fire Vortex by the way. Ohhhh. Aua. Oh, mich hat er miss. Mich hat er miss. Mich hat er miss. Der ist gestunt. Der ist gestunt. Rauf, drauf, drauf, drauf. Riff sofort kann ich meinen Angriff machen. Boah, wieso ist denn der die ganze Zeit auf mir drauf? Ich muss aus seiner Sichtweite raus. Nein! Du kannst, diesen Zauber kannst du ausweichen, ne? Indem du halt die Rolle machst. Ja, aber ich muss auch aus seiner Sichtweite raus irgendwie. Oh, der Mann, Ago. Ah, wieder ist dann. Der Fire Vortex ist das, was ich zauber. Ich bin ja auch echt gut drüber, ja. Der R macht einen blauen Mist so irgendwie auf mir drauf. Boah, der gibt mir aber auch grad richtig aufs Maul, ey. Der hat auch nur noch ein viertel Leben. Boom. Oh, den kriegen wir. Oh, der hat mich schon wieder drauf, der hat mich schon wieder drauf. Was hat das denn? Das war irgendeine Explosion. Die Bombe ist von mir immer, also die Explosion. Das ist meine Spezialfähigkeit. Bis dann, ey. Ja, Mann. Schönen Stun. Nur mal feste drauf. Ich hab schon zwei... Ich hab schon 30 Hits hab ich drauf. Ah! Ich bin schon 50. Siehst du denn? Oh, okay. 50 Hits. 57. Jawohl. Ah, 112. Voll der gute Tipp mit der Rolle, dass man da mich ausweichen hat. Der Peter stimmt viel zu selten, ja. Ist dann hier nochmal. Boom. Boah, kriegt der jetzt auf die Fresse, der Junge. Boah, das haben wir alles hier. Boah, Junge. Noch mal gestern, Junge. Nein, jetzt bin ich zu aufgegangen. Schnell können, bevor Hadi kommt. Oh, Hadi. Nein, der hat solche Schweine. Oh, Hadi. Warte mal. Ja, wegen den XP. Jetzt wartet mal wegen den XP. Wie hattet man es? Leute, Peter. Was ist komplett? Juhu. Ich hab 40 XP gekriegt. Ja, das ist ja richtig. Ich hab für ein Maid Schulterplatten, Peter. Juhu. Wir haben so ein Platinum-Coin gekriegt. Voll cool. Hier, Peter. Ich hab gar nix aufgesammelt. Etat Iron Shield. Du hast zwei selber gekriegt. Beschwer dich mal nicht, du Mongo. Ah, ja, stimmt. Etat Iron Shield, Damage 2, 5, 4, 9, 6. Ich hab nen Ring gekriegt für Tempo. Oh, das wär ja cool. Ja. Ich brauch Crit. Ich glaub ich als E-Mail-Rope. Brauch ich aber, glaub ich, auch Crit, oder? Weiß es gar nicht. Hä, was ist das denn? Ja, warte, Sepp. Ach so. Wo hab ich denn ne Caramel-Chocolate-Bar her? Ich hab Head-Food. Die hast du vorhin irgendwo aufgesammelt, das weiß ich noch. Gegessen. Gegessen, ja. Ohne Scheiß, was hat denn jetzt einem die Quest gegeben? 40 XP und so'n Platinum-Coin. Ah. Und du hast Wind-Spirit plus 1 XP. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ist das ne Fähigkeit? Ne, das ist hier in meinem Inventar. Keine Ahnung. Erstmal Essen. Oh, warte mal Peter, ich hab hier noch was. Erstmal Essen. Ah Leute, jetzt hab ich nen Trank genommen, ich bin ja auch klug, ey. Danke, was wart. Immer so'n benutzten, so'n used to woods. Wie gut wir sind, ich bin so stolz auf uns. Ohne Scheiß, wir haben die voll gekillt, voll geil. Hat voll, fast gar nicht so lange gedauert. Ja, ist doch voll geil, wenn das so lange dauert. Ich find das auch geil. Ach, Christian ist jetzt im Battle-Mode, Junge. Na, das können wir jeden Gegner schaffen. Das war so'n Uga killen. So, was ist denn jetzt unser nächstes Ziel? Wir wahrscheinlich wieder zurück in die Stadt, oder? Boah, ich möchte jetzt auch noch mal so'n, oder? Boah, ich möchte jetzt auch noch mal so'n, oder? Boah, ich möchte jetzt auch noch mal so'n, oder? Boah, ich möchte jetzt auch noch mal so'n, oder? Boah, wo wir mit dem Eisen anstellen kommen? Müssen wir nicht in die Richtung? Ne, müssen wir nicht. Wir müssen nach Nordosten, oder? Ich kann Pumpkin-Muffins machen. Cooles Setten. Ich tippe mal, dass die, äh, dass wir, wenn wir in die Nähe dieser Schwerter bekommen, dass wir dann ne neue Quest bekommen und die machen können. Ja, ich glaub auch, so wie hier. Ey, wie frech ist das denn? Ich dachte, das wäre einer für euch. Das ist alles. Aha, geblockt, du Jude. Oh, Alter, Christian. Da war's wieder. Lude hab ich ja gesagt. Ist halt schon, ist halt schon spät, ne? Dann ist der Lude. Oh, hier ist ein Chaos an. Ich hab übrigens heute Mittag, ich weiß nicht, bei den Best-Offs noch mal die Judeaner-Folge gekuckt. Und ich muss mich immer noch darüber total wegschmeißen, wie Peter lacht. Also, trotzdem, auf jeden Fall zurück zur Stadt, oder? Um auch Sachen zu verticken und so weiter und so fort. Ich hab Iron-Schultern gekriegt, Christian. Juhu, aber ich bin gerade am Essen. Wo ist denn der überhaupt hin? Ich würde hier eher runtergehen, weil da kannst du nachher nicht runterspringen. Wat? Klar, Mann. Spring mal da runter, will ich sehen. Komm, ich guck von unten. Oh! Hier läuft ja mal weiter. Hat voll gut funktioniert. Der ist ein Schwein! Das hau ich jetzt weg. Hi. Ein Schwein. Ja, Mann. Jetzt hab ich Leftovers plus 14 gekriegt. Wat sind denn Leftovers? Ich hab keine Ahnung. Brauch Power 14. Ich muss ja echt sagen, der Rogue hält aber echt nicht viel aus, ey. Leck mich mal am Arsch. Wir kämpften da gegeneinander. Ich kämpfe gegen schieb. Ich kämpfe gegen schieb. Ich kämpfe gegen schieb. Ich kämpfe gegen schieb. Das ist voll heavy, das schieb. Ja, genau. Komm, ey. Weißt du, ich hab dir noch einen Gedankenstoß gegeben. Echt, ja. Was willst du erwarten? Eben hat uns fast eine Kuh getötet. Ja, aber den Drachen, den haben wir wie sie. Er sah aber eher aus wie so ein Skeletten-Tuch. Cool, die Büsche, die geben echt Holz. Ja. Da müssen wir echt mal drauf achten, auf die Büsche. Bei mir hat der gerade irgend so was anderes gegeben. Boah, Peter, hast du ja. Da fallen, also da fallen glaube ich zwei Sachen. Wo seid ihr denn hin? Ich seh euch noch nicht mal mehr auf dem Mini-Map, äh. Nach Nordosten. Richtung Stadt. Oh, Alter. Alter, wie kommt man bitte hier runter? Springen und festhalten. Springen und was? Springen und festhalten. An der, äh, an der, an der Bergmauer. Ach so. Geht nur, wenn du nicht ins Leere springst. Ja, okay. Ach, geil. Das ist ja voll der Trick, Peter. Ich spring jetzt tatsamäßig von Baum zu Baum, Junge. Oh, da ist noch ein Busch. Mal fett. Ja, zwischen deinen Beinen. Ja, da sowieso, Junge. Da sowieso. Oh, das ist ne Katze. Piep, piep, piep. Die greife ich jetzt mal nicht an. Das ist voll krass, wie hier nix mehr ist, ey. Alles, alles leer ist. Ja, die Heuschrecken sind schon einmal an allem vorbei. Das sind Hühner. Ich glaube, Peter kommt ein bisschen vom Weg ab, kann das sein? Ja, das kann sein. Was? Ey, hier ist ein Lizardman. Sepp, hilf mir mal eben. Komm. Oh, ich muss so dringend kacken, wa? Hilf mir mal eben. Erstmal noch ein Zoom geackrot. Alter, vielen Dank für die Informationen. Ja, kein Ding. Ich kann ihn nicht mehr aushalten, ich muss die Aufnahme unterbrechen. So, dann sind wir wieder zurück. Der Rest ist in der Stadt, da gehen wir jetzt mal hin. Alter, Futter. Du bist für ne Warrior. Alter, wie viel Power du für die ganze Scheiße brauchst. Ich habe die Power. Ja, eben nicht. Und Power, Power sind Level, oder? Ja, ja. Nee, Power ist, äh... Power ist Power. Also, so halten wir Level. Auf Level 1 hatten wir Power 1 und jetzt nochmal Power 5. Ja. Boah, ja. Iron Dagger plus 46, what the fuck? Ja, aber ich habe keine Power für uns 24 gesoldert. Die Waffen sind eigentlich noch viel zu hochlevelig. Ja, ich... Wir müssen echt heavy leveln, damit wir überhaupt... Wie kann ich denn jetzt verkaufen hier eigentlich? Na, einfach verkaufen. Ah, mit dem Rechtsklick. Okay. Kaufen, Junge. Wie cool 3D die Minimabrum ist. Was ist das denn hier? Weg hier, weg hier, weg hier. Peter. Hier ist voll die Herde von so Beatles. Boah, ich will jetzt nicht das ganze Ding besteigen. Oh, oh. Ah, ist cool. Was kann man denn jetzt mit den Pumpkins machen? Ich will die jetzt erstmal. Peter, wie viel Schaden macht dein Stab? Hier bekämpfen sich NPCs gegenseitig, finde ich witzig. Peter? Äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich renne weg. Ich habe mein eigenes Haus. Ich habe mein eigenes Haus. Ja, deine Mutti hat dein eigenes Haus, ne? Ja, deine Mutti hat dein eigenes Haus, ne? Wie setzt man das dann ein? Kann man aufhören, mir hinterher zu rennen? Das ist ja traurig. Was haben wir denn da? Return light, special item. Oh Gott. Geh! Oder? Ne. Call pet. Tee. Hast du ein pet? Ne. Ich habe hier nur so Karabonskollade und frag mich, wie man die einsetzt. Du kannst die ausrüsten oder nicht? Vielleicht kannst du es gerade so viel geben. Oh! Ja, aber die Frage ist, wie gebe ich das? Ein HP habe ich noch. Kein Problem. Mach, schaffe ich. Ich brauche eine Schmiede. Oh. Okay, habe ich nicht geschafft. Moment, wo muss ich jetzt hin? Ich bin ja ganz falsch gelaufen. Scheiße. Ah, die kann, äh, Gegenstände identifizieren. Loll. Gut, dass wir da vielleicht nicht schon mal drüber gesprochen haben. Achso. Da hat einer, hat einer Plant Fiber für, äh, für Wolle. Was? Glasfiber? Ich habe, ich habe eine Plant Fiber. Habe ich. Brauche ich auch für meine geilen Kleidung. Ich habe noch Copweb. Was macht man denn da raus? Was? Das wird jemand? Ich glaube, das kannst du im Moment, geh mal auf Crafting. Und dann müsstest du dazu Silk Yarn weiterverarbeiten können. Silky, doch, Silk Yarn. Wo drunter ist denn das? Und da vermischt es da ganz oben. Oh, das rechteste vom rechten. Nö. Oh, ich habe irgendwie nur Waterflowers, zwei Silver und die Cubes. Ah, aber zwischen, zwischen Flower und Cubes habe ich dieses Silk Zeug. Geil. Dann könnte das ja klassenspezifisch sein. Das wäre ja auch mal gut. Was denn? Kann sein. Äh, dass, dass manche Sachen nur ich gebrauchen kann, um Sachen zu craften. Wie beispielsweise die Silks. Oh. Aber das weiß ich jetzt noch nicht so hundertprozentig. Der, der Warrior hat jetzt halt nicht. Ja, oder du kannst die gebrauchen, aber kannst die nicht weiter craften. Das wäre aber voll fies. Ganz im Ernst. Wenn du alleine spielst. Ach.